Der SV Darmstadt und der FC Augsburg trennen sich 0 zu 6. Was ein schlechtes Spiel der Darmstädter und ich frage mich, was war in den Köpfen der Abwehrspieler drin, so viele schlechte Pässe nach hinten zu spielen, dass man das einfach nicht checken konnte, dass das nicht funktioniert. So viele Ballverluste und das Ganze ging ja schon eigentlich in der ersten Minute los. Nach nicht mal 60 Sekunden stand es 0 zu 1. Tietz trifft gegen seine alte Liebe. Es ging Schlag auf Schlag in den ersten 25 oder 30 Minuten, so muss man ja sagen. Jensen in der 12. mit dem 0 zu 2. Dann kam Demirovic in der 20. Vargas in der 25. mit dem 4 zu 0 und nochmal Demirovic in der 29. mit dem 0 zu 5. Also spätestens da hat man einfach nur, glaube ich, in Darmstadt gehofft. Bitte nicht zweistellig. Außerdem kann ich mich nicht daran erinnern, dass Augsburg jemals 5 oder 6 Tore in einem Spiel geschossen hat, seitdem sie in der Bundesliga sind. In der zweiten Halbzeit war das so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, stockender Fußball, aber Augsburg musste ja nicht mehr so viel tun. Darmstadt hatte sogar Gelegenheiten, das 1 zu 5 zu machen. Allerdings waren es dann wieder die Augsburger, die wieder durch Tietz nach einem wunderschönen langen Ball auf Tietz, der das Ding super mitnimmt, platziert und rechts reinsetzt. 0 zu 6. Das geht in der Höhe vollkommen in Ordnung. Die Augsburger waren dominant. Und der Torwart von Augsburg spielt endlich mal zu 0. Ist doch auch mal ein Erfolg, oder? Aber insgesamt natürlich alle Spieler eine 6 bei Darmstadt und ein mehr als verdienter Sieg für den FC Augsburg. Wir hören uns im nächsten Video und ciao, haut rein!